Hallo, tu Arkadiusz Gerlitz z Gerlitz.pl. Dzisiejsze nagranie będzie dotyczyć kupowania biletów. Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Frankfurt. Chciałbym bilet do Frankfurtu. Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Frankfurt. Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Frankfurt. Wann kommt der Zug in Frankfurt an? Kiedy pociąg przybędzie do Frankfurtu? Wann kommt der Zug in Frankfurt an? Wann kommt der Zug in Frankfurt an? Wann kommt der Zug in Frankfurt an? Wann fährt der Zug ab? Kiedy odjeżdża pociąg? Wann fährt der Zug ab? Kiedy odjeżdża pociąg? Wann fährt der Zug ab? Muss ich umsteigen? Czy muszę się przesiąść? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Was kostet die Fahrkarte? Ile kosztuje ten bilet? Was kostet die Fahrkarte? Was kostet die Fahrkarte? Können Sie mir bitte die Verbindung ausdrucken? Czy może mi Pan Pani wydrukować to połączenie? Können Sie mir bitte die Verbindung ausdrucken? Können Sie mir bitte die Verbindung ausdrucken? Kann ich mit kredietkarte bezahlen? Czy mogę zapłacić kartą kredytową? Kann ich mit kredietkarte bezahlen? Kann ich mit kredietkarte bezahlen? Dankeschön. Das ist alles für heute. Nagranie jak zwykle można ściągnąć na gerlitz.pl Tschüss! Tschüss!